Ja, das Training ist eh super, war ein super Wochenende, Lauftest war sehr hart, ich habe hinten am Eingang der Kurve ein paar Zettel verloren, Herr von Thomas, aber ich bin dran geblieben, ein bisschen, because it's all in your mind, wie der Uwe immer sagt, in dem Sinne, Servus.